Servus, unsere liebe Freunde. Willkommen zum neuen Video von uns. Ja, ähm. Wir sind gerade von der Schule gekommen, wie wir gerade vor dem Video vorher bemerkt haben, wenn ihr den Kugel lädt. Und wir haben ja auch zwei seltene Freunde. Da sind die lieben Herrschaften. Yo, Freunde, was geht? Die machen wir auch gerade ein YouTube-Video. Yo. Yo, und ja. Dann würde ich mal sagen, im Gespräch will ich jetzt mal mit einer von den beiden Blackmaker und dann besprechen wir auch, was wir jetzt gleich machen. Ja, so auf jeden Fall. Und ich muss euch vielleicht noch sagen, vielleicht werden wir auch noch zusammen in einer WG ziehen nach Köln oder so. Ja. Ja. Dann machen für mich, ich und Malte, ziehen oben ein, die beiden ziehen unten ein. Mhm. Ja. Dann machen wir das so wie mal Bossa und Geku später. Ja. Ähm, so. Ähm, dann machen wir auf jeden Fall, meine Schwester hat mich gerade gerufen, weil wir gehen auf der gleichen Schule. Und, ähm, lasst in den Kommentaren, ähm, sowas drinne. Hashtag Blackmaker. Mach mal Hashtag, wo wir hinziehen wollen. Also, wir wollen nach Köln ziehen und die MWG mit Blackmaker WG heißen. Oder irgendwie anders mit den Namen von den Brows da hinten. Ja. Auf jeden Fall, an der Klingel wird unser richtiger Name stehen. Malte Schmidt und Ole Peplow. zieh, fliege ich auch mal nach Kasachstan, vielleicht mal zu meiner Freundin. Äh, ja. Was meinte, weil er hat seine Freundin wohnt in Kasachstan. Und deine auch? Ja. Wo bleiben die Jungs denn von denen da unten, ey? Guck mal, wo die sind. Die kleinen aus Lux. Und lassen die doch. Weiß ich nicht. Hey. Wollt ihr mit uns in der WG ziehen? Okay. Aber wir ziehen schon mit 16 oder so weg vielleicht. Wir ziehen schon mit 16 oder so weg. Ja, und ich würde sagen, lasst einen Kommentar da, da muss, oder könnt ihr machen, Hashtag, ob wir nach Köln ziehen oder so. Also ihr könnt abstimmen. Ob wir mit 16 Jahren nach einem Köln ziehen sollen. Ja, mit 16 auf jeden Fall schon. Spätestens mit 16, 17, 18. Also ihr sollt abstimmen. Wo sollen wir hinziehen? Nach Köln oder nach Berlin? Aber es dauert noch ein bisschen lange. Vielleicht machen wir auch keine Lieder. Aber es dauert ein bisschen länger. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht haben wir dann noch ein paar Tage kein Internet. Dann müssen wir hier wieder nach Rügen hochziehen. Äh, müssen wir nach Rügen immer hochfahren, die Videos hochladen. Ja, und da hinten sind die kleine Aslaks. Puzzlaks, ey. Ja, und ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn das Video zu Ende ist. Auf jeden Fall, ähm, das Video. Also ich habe jetzt zwei Abonnenten. Es würde mich freuen. Bitte. Einer von denen da hinten ist der Abonnent. Und ich. Und natürlich. Auf jeden Fall, ähm, ja, Minecraft und Konop City wird auch gespielt. Wenn wir noch, wenn wir noch, wir werden noch mit den, also, ich muss euch noch was sagen. Ich muss mit den Kollegen da hinten, also von, ich spreche gerade, du bist ganz nett still. Also von Jonas Gaming 2.0 spiele ich noch mit Formel 1 und so, also ein Schrott, Minecraft, Black Ops, Black Ops, werde ich auch vielleicht mit den Spielen unterziehen. Ja, und ich würde sagen, auf jeden Fall, ciao. Leute.